Willkommen in Potters Bluff Wieder mal ein neuer Hammer Film für mich zu entdecken Sehr schön Hier finde ich allerdings beide Cover toll Sowohl die Standard Edition Als auch das wird vielleicht wieder Media Book werden Und hier kommt auch noch demnächst raus Die Contest des Grauens Kenne ich auch nicht Also gibt es wieder neues Futter für die Hammer Kollektion So hier erstmal wunderschönes Cover Das ist Cover A Gibt es auch noch ein Cover B Das zeige ich euch hier Und eine Standard Edition Die zeige ich euch hier So Ja Fluch von Siniestro The Curse of the Werewolf Mit Oliver Reed Klänzend besetzt Einer meiner Lieblings Hammer Filme Habe auch schon die alte Auflage von Koch Media In dem schönen Schuber Mit dem auch sehr informativen Booklet Das zeige ich euch vielleicht auch mal hier Genau So fangen wir an Hier finde ich auch noch ein sehr schönes alternatives Artwork Da wieder sehr informativ Ähnlich wie bei Fluch der Mumie Zum Film muss ich sagen Er ist sehr atmosphärisch Hat einen wunderbaren Anfang Mit der Entstehungsgeschichte des Werwolfs Die wirklich außergewöhnlich ist Das ist eigentlich kaum wie in einem anderen Werwolf Film Und Schreibt wieder diese schöne Dekadenz des Adels Was immer so gern gezeigt wurde in den alten Hammer Filmen Und mit Oliver Reed Der praktisch Englands Exportschlager war Wunderbar besetzt Toller Film Also wirklich kann man nichts sagen Hier ist nochmal das B-Cover So wie gesagt wieder schön dick informativ So sollte das eigentlich bei jeder Veröffentlichung sein Nicht nur Bilder Sondern auch ein bisschen Inhalt Hintergrund Was immer für Filmfans sehr interessant ist Ist die Blu-Ray an sich Hier ist auch wieder nichts Wie bei Fluch der Mumie So Hier ist das Backcover Ist auch hier in Kooperation mit Koch Media entstanden Die ja die DVD rausgebracht hatten Wunderschön Gibt es auch wieder viel zu entdecken Freue mich drauf Hier nochmal das Bein Und das passt wie schon bei Fluch der Mumie auch perfekt dazu Und zu den anderen zwei Veröffentlichungen Die habe ich jetzt leider nicht hier Die blende ich euch auch mal ein Es gibt ja noch zwei andere Media Box Hier So Und demnächst geht die Reihe natürlich weiter Wie ich schon erwähnt habe Mit Hände voller Blut Ja Zum Film Top Kauft ihn euch Wunderschöne Aufmachung Leider ist das Cover A Ich glaube es ist auf 650 Stück limitiert Das ist sehr Also man bekommt es eigentlich nirgendwo mehr Außer nur bei Ebay vielleicht Oder für Mundo Und dann Aber meistens jetzt schon über 50 Euro Deswegen ist das ein bisschen teuer Das B-Cover ist auch sehr schön Aber ich fand das noch ein Tick besser Mehr atmosphärischer Und ja Schlagt zu solange es noch gibt Oder ihr holt euch die Standardvariante Ist ja wurscht Die Disc ist ja dieselbe Das ist halt eher was dann für Sammler Auch wieder mit dieser Lederoptik Und wer Oliver Reed toll findet Schaut euch unbedingt den Film an Landhaus der Toten Seelen Das ist eine Das ist einer meiner Lieblingshorrorfilme Überhaupt Super atmosphärisch Und kann ich nur jeden wärmstens empfehlen Ja das war es auch schon wieder Ich hoffe euch hat das Video gefallen Könnt mir schreiben wie ihr Der Fluch von Siniestro fandet Oder was euer Lieblingshammerfilm ist Und Ich verlinke euch auch mal hier meinen Kanal Ihr könnt abonnieren wenn es euch gefällt Da gibt es auch viele andere Reviews Von alten und neuen Filmen Kinofilmen DVDs Blu-rays Und auch Soundtracks Auf Vinyl Also macht's gut Also macht's gut Und Oder ist es auch ein